Es liegt nur Wolken am Meer. Weil da irgendwo Feuer brennt. Das ist keine Wolken, sondern Rauch, habe ich das Gefühl. Ich würde am liebsten hier durch den Wald mal ein bisschen gehen. Gucken, wie der Boden hier ist. Es geht nicht, dass ich den Ess wieder aufmache. Papa? Ja. Kannst du bitte, warum willst du das machen? Guck mal, Papa. Ja, Papa. Was denn? Das ist so auf den Bäumen. Ja. Also mehr Nebel als Wolken. Die Feuchte vom Meer, das hochsteigt. Wunderschön. Wir fahren gleich durch den Nebel. Das ist die richtige Landschaft. 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 Wo keiner rumgepfuscht hat. Ja. 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 Sängerin. Nein. Diana Ross. Rossi, der ich mit Diana, das war nie wegen für die Kurillasrassen. Ach so. Kurillas im Nebel. Genau. Die hatte auch bestimmt, naja, okay, die hatten zwar ein schlimmes Leben, die hat sich immer besorfen und hatte ständig Sorgen um die Probleme und die Müller. Ja. Ja. Habe ich viel gestorben? Nee, die wurde umgebracht, enthauptet. Ja. Da würde ich gerne reinlaufen. Ja. Aber nicht mit den Klamotten. Ja. 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 Warum? Da muss man so eine Machete, die wahrscheinlich dabei haben. Muss man so Stiefel, feste Stiefel anhaben. Lange Hemden. Jetzt kommt da eine Schlange vom Baum mal runter, haste, Insekten, irgendwelche Spinnen und das, oh, Wahnsinn. Deswegen hier ist die Vegetation wesentlich dichter, alles gut, die Strecke davor, weil hier steigt die Feuchte vom Meer hoch, dann ist die Vegetation ganz anders. Guck mal, das ist richtig uhrweil hier. Ja. Aber richtig. Jetzt wird es richtig kühler. Aber kann man nicht hier auch nicht halten? Ja, schlecht. In diesen Kurven jetzt, ich müsste eine Stelle finden. Nächste Gelegenheit mal kurz. Und dann so gleich jetzt so ein Acker auf. Oh, unglaublich.